Das ist sehr gute Arbeit. Wieder fast komplett ohne Munition. Ja, ist bei mir auch so. Hm, das passt nicht mehr. Okay, dann noch mal hier alles, würde ich sagen. Ach, hier ist das Geräusch. Kann man hier irgendwas machen oder so? Nö. Unmischmaschine. Ja. Wenn die Waschmaschine so schön laut ist, wie ist es, wenn die schleudert? Deswegen. Aber hier gibt es gut wieder Munition. Hm, Munition gut. Das ist sehr gute Arbeit. Ja. So ist das hier? Ah ne, ist er ein Freund von uns? Ja, so sehen unsere Freunde aus. Kommt, Fremdling. Wir möchten mit euch sprechen. Na, wenn so unsere Freunde aussehen, möchte ich nicht wissen, wie unsere Feinde aussehen. Sollen wir dem jetzt folgen, oder? Ah ne, die Tante da oben. Wir möchten mit euch sprechen. Dachte, die Viecher reden gerade mit mir. Ich grüße euch, Fremdling. Ihr seid nicht von diesem Ort. Sagt uns, woher stammt ihr? Toll, ich muss hier labern und du machst die Ikea-Einrichtung kaputt. Ihr seid also weit gereist. Lenk sie ab. Und oft war kampfstark. Das Iskal heißt euch und eure Stärke willkommen, Fremdling. Ja, willkommen. Sei nicht böse. Mein Kumpel ist Tischler. In unserer Welt, Korsos, liegt eine überaus mächtige Bestie. Ein Wächter. Wir möchten sein Herz. Oh. Daran habe ich keinen Zweifel, Fremdling. Aber wer wird euch ein besseres Angebot machen? Das Iskal ist sehr gut. Ticker, 20% auf alles, außer auf Tiernahrung. Achso. Für euch mag es so etwas wie eine Königin sein. Aber diese Bezeichnung... Das Iskal verbindet uns alle. Alle Teilnehmer sind eins im Geist. Herz und Seele. Oh, der ist aber schön. Wir benötigen keine primitive Technologie. Das Iskal strebt nach Erleuchtung und Harmonie. Ja, die Harmonie habe ich gespürt. Der Teilnehmer Ziel macht uns Mut. Und wir heißen alle in das Iskal willkommen. Oh, ich gehe mal auf Handeln. Mal sehen, was die anbietet. Achso, die hat nur Schaden für eine Sense. Nö. Oder? Nö. Versucht uns hin und wieder. Okay. Seid gegrüßt, Fremdling. Ich gucke mal, wie ich da einsteigen kann. Eine faszinierende Frage, Fremdling. Oh. Der Vixeuswurm ist das Tor zum Iskal. Durch unsere liebevolle Fürsorge sind wir miteinander verbunden. Möge es eure gebrechliche Form durchdringen. Oh, die geht mir ja auch im Pinsel. Ängste, Sorgen, Unsicherheiten sind euer Selbstgefühl. Jetzt kommt mal zum Punkt. Ich will da hin. Das ist alles, was übrig bleibt, das Iskal ist. Ja. Ja, so ist es, Fremdling. Vielleicht werdet ihr eines Tages ebenfalls dem Iskal beitreten. Die haben so einer Pornoproduktion gecastet. Ich möchte Handeln auf Wiedersehen. Ey, so ein langes Geschmatz für nix, ey. Das gibt's auch nicht. Seid gegrüßt. Ach ne, jetzt, oh, jetzt drück ich wieder E. Muss da raus. Auf Wiedersehen. Besucht uns hin und wieder. Ne, ich komm bestimmt nicht wieder. Fremdling, tretet näher. Für Gottes Willen, die hat ja, die hat ja keinen Friseur. Ähm, wo geht's denn hier eigentlich lang? Können wir das öffnen? Ne, nur von der anderen Seite, ne? Jo. Ist dicht, ne? Mhm. Oh, aber da oben gibt's, auf den Balkonien gibt's was Schönes. Oh, was Schönes lilanes. Oder blaues. Ja, ich glaub, das ist so ein Punkt, so ein Eigenschaftenpunkt. Hm. So. Halten wir den Rückenzeit. Halten wir den Rückenzeit. So. Ja. Ihr kommt hier alle mal dran. No blödes drecksvieh wer nervt kriegt die backen balkon erreicht wieder ein eigenschaftspunkt ja 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 oh mensch verpiss dich hier das ist nur ein zimmer wohnung gehen die mir auf den pinsel gar kein platz für zwei leute ja 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 und du zuerst so komm und zack tschüss großmaul nein wir wollen jetzt nicht lesen sind doch nicht in der schule ja oben hast du alles oder ja wir können ja nochmal gucken einsammeln so gute eisen ja das ist altmetall glaube ich ja kann sein und was halt ja irgendwas irgendwas magnetisches so 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 oh du bist schon wieder am freiten ja ja hier war noch mal so ein ja ich wollte dich voll abknallen ja 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 ich so habe ich in den weg geschossen lassen ja echt so ne pfeifern habe ich mir auch gedacht mit seinem obi baumarkthammer kann er uns ja Angst einjagen ja das ist doch die tonne das ist sehr gut ein Dungio